Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens, der Dax am heutigen Montag, dem 12. Juni 2023. Ja, ich hatte es bereits heute Abend, nicht heute Abend, sondern heute Morgen, so ist es richtig, durchklingen lassen, was in dieser Woche wirklich von Bedeutung ist. Wir haben zum einen natürlich die Leitzinsentscheidung in den USA. Dreht die Fed an der Zinsschraube, ja oder nein, ein Thema. Gleichwohl natürlich die dazugehörige Pressekonferenz mit wichtigen Details rund um die weitere Geldmarktpolitik in den USA. Und obendrein stecken wir hier in einer Verfallswoche. Ganz wichtig natürlich für den DAX und somit darf man gespannt sein, wohin die Reise hier nun geht. Jedenfalls ist der deutsche Aktiendex positiv. Zunächst einmal in die Verfallswoche gestartet. Ein Plus von rund 0,9% ist hierbei zustande gekommen. Gleichwohl bleibe ich dabei, dass ich skeptisch bleibe, ob dem Leitindex hier weiterhin ausreichend Rückenwind geboten werden kann, um Kurse oberhalb von 16.300 Punkten per Wochenschlusskurs zu erzeugen. Und setze vielmehr darauf, dass der Leitindex über kurz oder lang einmal in den Korrekturmodus übergehen dürfte. Natürlich, eines gilt es allerdings weiterhin zu berücksichtigen. Und zwar, das ist natürlich der weiterhin intakte Aufwärtstrend. Erst wenn dieser letztendlich signifikant durchbrochen wird, könnten sich hier tatsächlich auch größere Bewegungen auf der einen Seite Richtung 15.600, auf der anderen Seite aber auch Kurse bis in den Bereich von rund 15.000 Punkten etablieren. Gut schaut es aus bei der Aktie von VW. Die Volkswagen-Aktie wieder jetzt im Monat Juni. Richtig auf der Überholspur angekommen, muss man schon fast sagen. Rund 10% kann die Aktie hier derweil schon zulegen und jetzt fällt die nächste Entscheidung. Knackt der Automobilkonzern jetzt eben die in grün abgebildete 200-Tage-Linie. Das wäre, wenn ein starkes Signal und könnte zu deutlich stärkeren Kurssteigerungen in den kommenden Wochen respektive Monaten noch führen, mit einem Ziel von beispielsweise Richtung 144 Euro. Oder prallt die Aktie nun hier in der Tat nach unten ab, was zur Folge hätte, dass wir kurzfristige Natur erst einmal nochmals hier auf die 100-Tage-Linie, vielleicht sogar nochmals auch auf die 50-Tage-Linie zurückkonsolidieren. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt zunächst einmal einen schönen Abend und alles erdenklich Gute, wie immer. Und wir schalten morgen früh wieder ein. Natürlich dann mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street.